Hallo, heute möchte ich diejenigen ansprechen, die mit Freude anderen Menschen helfen wollen. Möchtest Du Beraterin werden? Bist Du hellsichtig? Kannst Du Karten legen? Kannst Du pendeln? Hast Du Freude daran, Menschen, die in Nöten sind, mit Deiner Begabung zur Seite zu stehen und ihnen mit Deinem Rat zu helfen? Dann bist Du genau richtig bei uns. Du bist noch unsicher? Keine Angst, wir helfen Dir, indem wir Dich schulen und Dir die richtigen Schritte zeigen. Bewerbe Dich auf unserem Portal www.deria-lichtvolleengelkontakt.de Wir freuen uns auf Dich! Bewerbe Dich